Künftes Rennen, zweithöchste Tagesklasse. Du hast Enkastar am Ablauf. Der bringt eigentlich nur gute Leistungen, mag es aber eher aus der Defensive. Enkastar ist ein sehr treues Pferd, ja das ist richtig. Er ist gut drauf. Er hat es natürlich relativ einfach, weil er ist sehr, sehr schnell vom Start und somit kriegt er immer ein gutes Rennen. Da kann man dann gute Pferde vorbeilassen oder auch mal selber vorne fahren. Er hat auch von vorne schon gewonnen, das öfteren. Na gut, wie sich das fährt, muss man schauen, weil es in Zeige ist drin, schneller Beginner. Circle of Moments, glaube ich, ist auch gar nicht so ganz langsam vom Start. Aber er ist verdammt schnell vom Auto und ich werde natürlich auch versuchen, erst mal in Front zu fahren und dann schauen, was sich so ergibt. Wenn der Popeye kommt, wird es sehr passend für beide. Bitte? Wenn der Popeye kommt, wird es sehr passend für beide. Ja, es kommt immer drauf an, wann er kommt. Irgendwann gibt es einen Punkt, da lassen wir keinen mehr vorbei. Beifuhr. Beifuhr. Beifuhr.